Hallo, moin, wie man in Hamburg sagt. Ich freue mich, dass Sie da sind und lese einfach mal weiter. Joachim also war des musikalischen Genusses nicht so teilhaftig. Sonst aber lag er ebenso wohlgeborgen in seiner Loge, geborgen und befriedet. Der Tag war zu Ende. Für diesmal war alles zu Ende. Man war sicher, dass heute nichts mehr geschehen, keine Erschütterungen sich mehr ereignen, keine Zumutungen an die Herzmuskulatur mehr gestellt werden würden. Zugleich aber war man sicher, dass morgen dies alles mit all der Wahrscheinlichkeit, die sich aus der enge Gunst und Regelmäßigkeit der Umstände ergab, wieder der Fall sein und von vorn beginnen werde. Und diese doppelte Sicherheit und Geborgenheit war überaus behaglich. Sie gestaltete zusammen mit der Musik und der wiedergefundenen Würze Marias die Abendliegekur für Hans Castorp zu einer wahrhaft glücklichen Lebenslage. Das alles nun aber hatte also nicht gehindert, dass der Hospitant und weiche Neuling sich in der Liegekur oder wie und wo nun immer tüchtig erkältet hatte. Ein schwerer Schnupfen schien im Anzuge. Er saß ihm in der Stirnhöhle und drückte. Das Zäpfchen im Halse war weh und wund. Die Luft ging ihm nicht wie sonst durch den von der Natur hierzu vorgesehenen Kanal, sondern strich behindert und Hustenkrampf unaufhörlich erregend hindurch. Seine Stimme hatte über Nacht die Klangfarbe eines dumpfen und wie von starken Getränken verbrannten Basses angenommen. Und seiner Aussage nach hatte er in eben dieser Nacht kein Auge zu getan, da eine erstickende Trockenheit des Schlundes ihn je und je hatte vom Kissen auffahren lassen. Höchst ärgerlich, sagte Joachim, ist das und beinah peinlich. Erkältungen, musst du wissen, sind hier nicht Ressus. Man leugnet sie. Sie kommen offiziell bei der großen Lufttrockenheit nicht vor und als Patient würde man übel anlaufen bei Behrens, wenn man sich erkältet melden wollte. Aber bei dir ist es ja etwas anderes. Du hast am Ende das Recht dazu. Es wäre doch gut, wenn wir den Katar noch abschneiden könnten. Im Flachlande kennt man ja Praktiken hier, aber ich zweifle, ob man sich hier genügend dafür interessieren wird. Krank soll man hier lieber nicht werden. Es kümmert sich niemand darum. Das ist eine alte Lehre. Du erfährst es nun auch noch zu guter Letzt. Als ich ankam, war hier eine Dame, die hielt sich die ganze Woche ihr Ohr und jammerte über Schmerzen. Und schließlich sah Behrens es an. Sie können ganz beruhigt sein, sagte er. Tuberkulös ist es nicht. Dabei hatte es sein Bewenden. Ja, wir müssen sehen, was sich tun lässt. Ich werde es morgen früh dem Bademeister sagen, wenn er zu mir kommt. Das ist der Dienstweg und er wird es schon weitergeben, sodass dann doch vielleicht etwas für dich geschieht. So Joachim. Und der Dienstweg bewährte sich. Schon als Hans Castorp am Freitag von der Morgenmotion in sein Zimmer zurückkehrte, klopfte es bei ihm. Und es ergab sich für ihn die persönliche Bekanntschaft mit dem Fräulein von Mühlendonck oder der Frau Oberin, wie sie genannt wurde. Bisher hatte er die offenbar viel Beschäftigte immer nur von Weitem erblickt, wie sie aus einem Krankenzimmer kommend den Korridor überquerte, um in ein Gegenüberliegendes einzutreten. Oder sie flüchtig im Speisesaal auftauchen sehen und ihre quäkende Stimme vernommen. Nun also galt ihm selbst ihr Besuch. Durch seinen Katar herbeigezogen, klopfte sie knöchernhart und kurz an seine Stubentür und trat ein, fast bevor er hereingesagt, indem sie sich auf der Schwelle noch einmal zurückbeugte, um sich der Zimmernummer gewiss zu machen. Vierunddreißig, quäkte sie ungedämpft. Es stimmt, Menschenskind. Ich höre, sie sind erkältet. Wie soll ich reden mit ihnen, Deutsch? Ich sehe schon. Ach, der Besuch vom jungen Zimsen. Ich sehe schon. Ich muss in den Operationssaal. Da ist einer, der wird chloroformiert und hat Bohnensalat gegessen. Wenn man seine Augen nicht überall hat und sie, Menschenskind, wollen sich hier erkältet haben? Hans Castorp war verblüfft über diese Redeweise einer altadeligen Dame. Während sie sprach, ging sie über ihre eigenen Worte hinweg, indem sie unruhig in rollender, schleifenförmiger Bewegung den Kopf mit suchend erhobener Nase hin- und herwandte, wie Raubtiere im Käfig tun, und ihre sommersprossige Rechte leicht geschlossen und den Daumen nach oben vor sich im Handgelenk schlenkerte, als wollte sie sagen, »Rasch, rasch, rasch! Hören Sie nicht auf das, was ich sage, sondern reden Sie selbst, dass ich fortkomme!« Sie war eine Vierzigerin, kümmerlichen Wuchses ohne Formen, angetan mit einem weißen gegürteten klinischen Schürzenkleid, auf dessen Brust ein Granatkreuz lag. Unter ihrer Schwesternhaube kam spärliches, rötliches Haar hervor, ihre wasserblauen, entzündeten Augen, an deren einem zum Überfluss ein in der Entwicklung sehr weit vorgeschrittenes Gerstenkorn saß, waren unsteten Blicks, die Nase aufgeworfen, der Mund froschmäßig, außerdem mit schief vorstehender Unterlippe, die sie beim Sprechen schaufelnd bewegte. Indessen Hans Castorp betrachtete sie mit all der bescheidenen, duldsamen und vertrauensvollen Menschenfreundlichkeit, die ihm angeboren war. »Was ist denn das für eine Erkältung, hä?«, fragte die Oberin wieder, indem sie ihre Augen durchdringend zu machen suchte, was aber nicht gelang, da sie abschwerften. »Wir lieben solche Erkältungen nicht. Sind sie öfter erkältet? War ihr Vetter nicht auch so oft erkältet? Wie alt sind sie denn, vierundzwanzig? Das Alter hat's in sich. Und nun kommen sie hier herauf und sind erkältet? Wir sollten hier nicht von Erkältung reden, geehrtes Menschenkind, das ist so ein Schnickschnack von unten.« Das Wort Schnickschnack nahm sich ganz abscheulich und abenteuerlich aus in ihrem Munde, wie sie es mit der Unterlippe schaufelt hervorbrachte. »Sie haben den wunderschönsten Katar der Luftwege, das gebe ich zu, das sieht man Ihnen an den Augen an.« Und wieder machte sie den sonderbaren Versuch, ihm durchdringend in die Augen zu blicken, ohne dass es ihr Recht gelingen wollte. »Aber Katare kommen nicht von der Kälte, sondern sie kommen von einer Infektion, für die man aufnahmelustig war. Und es fragt sich nur, ob eine unschuldige Infektion vorliegt oder eine weniger unschuldige. Alles andere ist Schnickschnack. Schon wieder das schauderhafte Schnickschnack. »Ist ja möglich, dass Ihre Aufnahmelustigkeit mehr zum Harmlosen neigt,« sagte sie und sah ihn an mit ihrem vorgeschrittenen Gerstenkorn. Er wusste nicht, wie. »Hier haben Sie ein harmloses Antiseptikum. Wird Ihnen möglicherweise gut tun.« Und sie holte aus der schwarzen Ledertasche, die ihr am Gürtel hing, ein Päckchen hervor, das sie auf den Tisch stellte. »Es war Formament. Übrigens sehen Sie angeregt aus, als ob Sie Hitze hätten.« Und sie ließ nicht ab, ihm in das Gesicht zu blicken, aber immer mit etwas beiseite gehenden Augen. »Haben Sie sich gemessen?« Er verneinte. »Warum nicht?« fragte sie und ließ ihre schräg vorgeschobene Unterlippe in der Luft stehen. Er verstummte. Der Gute war noch so jung. Er hatte sich noch das Verstummen des Schuljungen bewahrt, der in der Bank steht, nichts weiß und schweigt. »Messen Sie sich überhaupt nie?« »Doch, Frau Oberin, wenn ich Fieber habe.« »Menschenskind, man misst sich in erster Linie, um zu sehen, ob man Fieber hat, und jetzt haben Sie Ihrer Meinung nach keins?« »Ich weiß nicht recht, Frau Oberin, ich kann es nicht recht unterscheiden. Ein bisschen heiß und frostig bin ich schon seit meiner Ankunft hier oben.« »Aha! Und wo haben Sie Ihr Thermometer?« »Ich habe keins bei mir, Frau Oberin. Wozu? Ich bin ja nur zu Besuch hier. Ich bin gesund.« »Schnick, schnack! Haben Sie mich gerufen, weil Sie gesund sind?« »Nein«, lachte er höflich, »sondern weil ich mich etwas erkältet habe. Solche Erkältungen sind uns schon öfter vorgekommen.« »Hier«, sagte sie und kramte wieder in ihrer Tasche, um zwei längliche Lederetuis zum Vorschein zu bringen, ein schwarzes und ein rotes, die sie ebenfalls auf den Tisch legte. »Dieses hier kostet drei Franken fünfzig und das hier fünf Franken. Besser fahren Sie natürlich mit dem zu fünf. Das ist etwas fürs Leben, wenn Sie ordentlich damit umgehen.« Er nahm lächelnd das rote Etui vom Tisch und öffnete es. Schmuck wie ein Geschmeide lag das gläserne Gerät in die genau nach seiner Figur ausgesparte Vertiefung der roten Samtpolsterung gebettet. Die ganzen Gerade waren mit roten, die Zehntelgrade mit schwarzen Strichen markiert. Die Bezifferung war rot, der untere, verjüngte Teil mit spiegelig glänzendem Quecksilber gefüllt. Die Säule stand tief und kühl, weit unter dem Normalgrade tierischer Wärme. Hans Castorp wusste, was er sich und seinem Ansehen schuldig war. »Ich nehme dieses«, sagte er, ohne dem anderen nur Beachtung zu schenken. »Das hier zu fünf. Darf ich Ihnen sofort?« »Abgemacht«, quäkte die Oberen. »Nur nicht knausern bei wichtigen Anschaffungen. Eilt nicht, es kommt auf die Rechnung.« »Geben Sie her, wir wollen es erst noch recht klein machen.« »Ganz hinunterjagen.« »So.« Und sie nahm ihm das Thermometer aus der Hand, stieß es wiederholt in die Luft und trieb so das Quecksilber noch tiefer, bis unter 35 hinab. »Wird schon steigen, wird schon emporwandern, der Mercurius«, sagte sie. »Hier haben Sie Ihre Erwerbung. Sie wissen doch wohl, wie es gemacht wird bei uns, unter die wehrte Zunge damit, auf sieben Minuten, viermal am Tag und gut die geschätzten Lippen drum schließen. »Adieu, Menschenskind, wünsche gute Ergebnisse.« Und sie war aus dem Zimmer. Hans Castorp, der sich verbeugt hatte, stand am Tische und sah auf die Tür, durch die sie verschwunden war, und auf das Instrument, das sie zurückgelassen. »Das waren nun die Oberen von Mühlendonk«, dachte er, »Settembrini mag sie nicht.« Und wahr ist, sie hat ihre Uneinnehmlichkeiten. Das Gerstenkorn ist nicht schön. Übrigens hat sie es ja wohl nicht immer. »Aber warum nennt sie mich immer Menschenskind? Noch dazu mit einem S in der Mitte.« »Es ist burschikos und sonderbar. Und da hat sie mir nun ein Thermometer verkauft? Sie hat immer ein paar in der Tasche. »Es soll ja hier überall welche geben, in allen Läden, auch da, wo man es gar nicht erwarten sollte.« Joachim sagte es, »aber ich habe mich nicht zu bemühen brauchen. Es ist mir von selbst in den Schoß gefallen.« Er nahm das zierliche Gerät aus dem Futterall, betrachtete es und ging dann mehrmals in Unruhe damit durch das Zimmer. Sein Herz klopfte rasch und stark. Er sah sich nach der offenen Balkontür um und machte eine Bewegung gegen die Zimmertür aus dem Antriebe, Joachim aufzusuchen, unterließ es aber dann und blieb wieder am Tische stehen, in dem er sich räusperte, um die Dumpfheit seiner Stimme zu prüfen. Hierauf hustete er. »Ja, ich muss nun sehen, ob ich Schnupf und Fieber habe,« sagte er und führte rasch das Thermometer in den Mund. Die Quecksilberspitze unter die Zunge, sodass das Instrument ihm schräg aufwärts zwischen den Lippen hervorragte, die er fest darum schloss, um keine Außenluft zuzulassen. Dann sah er nach seiner Armbanduhr. Es war sechs Minuten nach halb zehn. Und er begann auf den Ablauf von sieben Minuten zu warten. »Keine überflüssige Sekunde«, dachte er, »keine zu wenig. Auf mich ist Verlass, nach oben wie nach unten. Man braucht ihn mir nicht mit einer stummen Schwester zu vertauschen, wie der Person von der Settembrini erzählte, Ottilie Kneifer.« Und er ging im Zimmer umher, das Instrument mit der Zunge niederdrückend. Die Zeit schlich, die Frist schien endlos. Erst zwei und eine halbe Minute waren verstrichen, als er nach den Zeigern sah, schon besorgt, er könnte den Augenblick verpassen. Er tat tausend Dinge, nahm Gegenstände auf und setzte sie nieder, trat auf den Balkon hinaus, ohne sich seinem Vetter bemerklich zu machen. Überblickte die Landschaft, dies Hochtal, seinem Sinn schon urvertraut, in allen Gestaltungen mit seinen Hörnern, Kammlinien und Wänden, mit der links vorgelagerten Kulisse des Bremenbühl, dessen Rücken schräg gegen den Ort hin abfiel und dessen Flanke der raue Mattenwald bedeckte, mit den Bergformationen zur Rechten, deren Namen ihm ebenfalls geläufig geworden waren und der Alteinwand, die das Tal von hier aus gesehen im Süden zu schließen schien, sah hinab auf die Wege und bete der Gartenplattform, die Felsengrotte, die Edeltanne, lauschte auf ein Flüstern, das aus der Liegehalle drang, wo Kur gemacht wurde, und wandte sich ins Zimmer zurück, wobei er die Lage des Instrumentes im Munde zu verbessern suchte, um dann wieder durch Vorrecken des Armes den Ärmel vom Handgelenk zu ziehen und den Unterarm vor das Gesicht zu biegen. Mit Mühe und Anstrengung, unter Schieben, Stoßen und Fußtritten gleichsam waren sechs Minuten vertrieben. Da er nun aber mitten im Zimmer stehend ins Träumen verfiel und seine Gedanken wandern ließ, so verhuschte die letzte noch übrige ihm unvermerkt auf Katzenpfötchen. Eine neue Armbewegung offenbarte ihm ihr heimliches Entkommen und es war ein wenig zu spät. Die Achte lag schon zu einem Drittel im Vergangenen, als er mit dem Gedanken, dass das nichts schade, für das Ergebnis nichts ausmache und zu bedeuten habe, das Thermometer aus dem Munde riss und mit verwirrten Augen darauf niederstarrte. Er ward nicht unmittelbar klug aus seiner Angabe. Der Glanz des Quecksilbers fiel mit dem Lichtreflex des flachrunden Glasmantels zusammen. Die Säule schien bald ganz hoch oben zu stehen, bald überhaupt nicht vorhanden zu sein. Er führte das Instrument nahe vor die Augen, drehte es hin und her und erkannte nichts. Endlich, nach einer glücklichen Wendung, wurde das Bild ihm deutlich. Er hielt es fest und bearbeitete es hastig mit dem Verstande. In der Tat, Mercurius hatte sich ausgedehnt. Er hatte sich stark ausgedehnt. Die Säule war ziemlich hoch gestiegen. Sie stand, mehrere Zehntelstriche über der Grenze normaler Blutwärme. Hans Castorp hatte 37,6. Am hellen Vormittag zwischen 10 und halb 11 Uhr 37,6. Das war zu viel. Es war Temperatur. Fieber als Folge einer Infektion, für die er aufnahm, lustig gewesen. Und es fragte sich nur, was für eine Art Infektion das war. 37,6. Mehr hatte auch Joachim nicht. Mehr hatte hier niemand, der nicht als schwer krank oder moribund das Bett hütete. Weder die Kleefeld mit dem Pneumothorax, noch auch Madame Chauchat. Es war natürlich in seinem Falle wohl nicht ganz das Rechte. Bloßes Schnupfenfieber, wie man es unten nannte. Aber genau zu unterscheiden und auseinanderzuhalten war das nicht. Hans Castorp zweifelte, dass er diese Temperatur erst bekommen, seit er sich erkältet hatte und musste bedauern, Mercurius nicht schon früher befragt zu haben, gleich anfangs, wie der Hofrat es ihm nahegelegt hatte. Ganz vernünftig war dieser Ratschlag gewesen. Und das zeigte sich nun. Und Settembrini hatte völlig Unrecht getan, so höhnisch darüber in die Lüfte zu lachen. Settembrini mit der Republik und dem schönen Stil. Hans Castorp verachtete die Republik und den schönen Stil, während er immer wieder die Aussage des Thermometers prüfte, die ihm mehrmals durch die Blendung verloren ging und die er dann durch eifriges Drehen und Wenden des Instrumentes wiederherstellte. Sie lautete auf 37,6. Und das am frühesten Vormittag. Seine Bewegung war mächtig. Er ging ein paar Mal durch das Zimmer, das Thermometer in der Hand, wobei er es jedoch waagerecht hielt, um nicht durch senkrechte Erschütterung eine Störung hervorzurufen, legte es dann mit aller Bewahrsamkeit auf die Waschtischplatte nieder und ging vorerst einmal mit Paletot und Decken in die Liegekur. Sitzend warf er die Decken um sich, wie er es gelernt hatte, von den Seiten und von unten, eine nach der anderen, mit schon geübter Hand, und lag dann still, die Stunde des zweiten Frühstücks und Joachims Eintritt erwartend. Zuweilen lächelte er, und es war, als lächelte er jemandem zu. Zuweilen hob sich seine Brust mit einem beklommenen Beben, und dann musste er husten aus seiner katahalischen Brust. Jetzt bleibt mir nur, Ihnen zu wünschen, dass Sie gesund bleiben und einen schönen restlichen Tag. Tschüss.